In den heutigen Vivi News, der nächste Grail Comic NFT Drop steht vor der Tür von Marvel. Unter anderem haben wir die nächste Ankündigung für den nächsten Pili NFT Drop. Der nächste Disney Comic NFT Drop steht außerdem vor der Tür. Unter anderem gibt es auf jeden Fall ein Update der App. Das und sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG und heute mit einer Menge News und Jobs auf jeden Fall mit dabei. Und ich entschuldige mich auf jeden Fall für jeden, der einen Riesenschreck bekommen hat bei meinem 1. April Video. Es tut mir sehr leid, aber ich konnte es mir wirklich nicht verkneifen. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, starten tun wir natürlich mit dem nächsten Grail Comic NFT Drop. Und das wird nämlich die First Appearance von Iron Man beinhalten und dementsprechend ist das Ganze eine Menge wert. Und das ganze Comic ist Tales of Suspense, Hashtag 39. Und das Ganze wird am 4. April, das heißt am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Und ja, das Ganze ist einmal mit diesen Comic Covern hier versehen. Das ganze Comic wird außerdem eine Edition Zahl von 10.000 Stück haben, was mich persönlich extrem freut. Aber auch einen Listenpreis von 20 Gems, was natürlich schon deutlich teurer ist als regulär. Und auch das Comic generell ist schon sehr, sehr, sehr viel wert. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, es wurde keine 9.8 bis jetzt verkauft, jedenfalls nicht laut Go-Collect-Daten. Aber eine 9.6 wurde für 276.000 US-Dollar verkauft und das war 2017. In der Zeit ist nochmal viel im MCU passiert und Iron Man ist auch nochmal deutlich beliebter geworden und so weiter und so fort. Und insgesamt gibt es davon auch tatsächlich nur 5 Stück insgesamt. Und bei der 9.8 gerade mal 1. Also hier können wir wirklich von einem sehr, sehr guten Comic ausgehen. Selbst die unteren Varianten sind schon wirklich sehr, sehr, sehr teuer. In der 4.5 allein 15.000. Also hier wirklich ein sehr guter Drop, der auf uns zukommt. Ansonsten steht auch der nächste Pili-NFT-Drop vor der Tür, beziehungsweise Pili-Fantasy-Drop vor der Tür. Und das Ganze wird hier mit der Series 2 starten. Und wir werden das Ganze hier am 4. April, das heißt auch am Dienstag, um 21.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Das heißt, wir haben am Dienstag zwei Drops, einmal um 17.00 Uhr und einmal um 21.00 Uhr deutscher Zeit. Und ja, insgesamt hier sehen wir auf jeden Fall schon mal eine Figur vorne dran. Die werden wir definitiv sehen. Können wir gut vorstellen, dass das die kommen werden könnte. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Meinung da draußen. Nimmst du den ganzen Drop mit oder skippst du das Ganze? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Als nächstes Comic haben wir ein Disney Comic und das wird um Tick, Trick und Track gehen. Die drei Jungs, die eine große Rolle im Mickey Mouse Universum spielen. Und hier werden wir den gesamten Drop am 5. April, das heißt am Mittwoch, um 17.00 Uhr deutscher Zeit sehen. Das Ganze im Blindbox-Format mit insgesamt fünf Cover-Varianten. Das sind einmal die Cover-Varianten, die wir an dieser Stelle sehen werden. Ich persönlich habe bis jetzt jedenfalls keine weiteren Informationen zu dem Comic, was Grades und auch Preise angeht, gefunden. Ich werde das Ganze aber in meinem nächsten Video allerspätestens am Dienstag bestimmt nachtragen können. Das heißt, dann kann ich euch da vielleicht etwas mehr sagen zu den Preisen. Ich habe jetzt aber auf die Schnelle leider nicht mehr gefunden. Das war auf jeden Fall so ein Drop. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder nicht. Ich persönlich werde ihn wahrscheinlich mitnehmen. Und ansonsten für die Leute, die sich gefragt haben, hey, was war denn hier eigentlich los? Ich habe dazu kein Video gemacht. Und zwar gab es nämlich von Vivi auch einen kleinen, ich weiß nicht, April-Scherz oder sehr seltsamen Drop auf jeden Fall. Und zwar nämlich Invisible Woman Invisible. Und das war schon ein sehr, sehr interessanter Drop. Nämlich haben wir hier nur einen so einen Podest bekommen mit einem, ja, nichts eigentlich. Und das Ganze war für einen Gem verfügbar, insgesamt 999 Editions als Ultra Rare. Die Rarität, ja, ist momentan für etwa 40 Gems im Markt. Ist natürlich schon teilweise sehr fragwürdig, wer das kauft. Wir haben es ja wirklich mit unserem Podest zu tun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in Zukunft hier eventuell auch nochmal Utility oder etwas, was dem ganzen Collector doch noch irgendeinen Sinn verleiht. Und ansonsten unbedingt die App updaten, denn das neue App-Update ist da. Und das Ganze beinhaltet auch die Waitlist V1 in dieser Stelle. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Das zeigt auf jeden Fall, dass es hier voran geht. Und dass wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen auch eventuell schon mit ersten Testjobs starten werden. Wenn du keinen Testjob verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du definitiv nicht den ersten Testjob. Und ansonsten ein kleiner Aufruf an Leute da draußen, die sich mit 3D-Skills auskennen beziehungsweise im Development-Bereich dort unterwegs sind. Und meldet euch gerne beim Dr. Profit. Der sucht nämlich gerade momentan Leute, die auf jeden Fall mit ihm zusammen an etwas arbeiten, was in diese Richtung geht. Könnt euch, wie gesagt, sehr gerne bei ihm melden. Und ansonsten gibt es noch eine sehr bolische Nachricht, die tatsächlich gar nichts mit Vivi und Ecomi zu tun hat. Ich aber trotzdem ansprechen wollte. Und einfach nur zeigt, dass die Bitcoin-Adaption langsam, aber sicher weiterhin voranschreitet. Und zwar die zweitgrößte Börse in Deutschland, die Stuttgarter Börse, hat jetzt offiziell angekündigt, hier auch lizenzierte Bitcoin zu verkaufen beziehungsweise anzubieten. Und das ist wirklich ein großer, großer Durchbruch. Denn die Stuttgarter Börse ist, wie gesagt, hier an der Stelle die zweitgrößte in Deutschland. Und das ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Durchbruch. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder ein bisschen ganz kurzen und schnellen Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittagland, einen super Start in die Woche und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.